Hallo liebe Eltern, liebe Familien und Freunde des Familienhauses und herzlich willkommen wieder zu unserer Infothek mit Themen rund um das erste Lebensjahr. Ja, heute soll es um das Thema Mittelrohrentzündungen bei Babys und Kleinkindern gehen. Wie können Sie Mittelrohrentzündungen erkennen und was ist vielleicht auch zu tun? Es ist so, dass weit über die Hälfte aller Kinder einfach während der ersten Lebensjahre mindestens einmal, ganz oft aber auch mehrfach an einer akuten Mittelrohrentzündung erkranken. Am häufigsten betroffen sind Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum sechsten Lebensjahr. Und es ist so, dass Kinderärzte einfach sagen, dass ja die Mittelrohrentzündungen hauptsächlich während der kalten Jahreszeit, also zwischen Dezember und März auftreten. Was sind Ursachen für eine Mittelrohrentzündungen bei Babys und Kleinkindern? Ja, sobald Bakterien oder Viren über die Ohrtrompete in das Mittelohr gelangen, können dort schmerzhafte Entzündungen hervorgerufen werden. Und Experten, Kinderärzte, Mediziner sagen halt, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Entzündungswege von Mittelrohrentzündungen gibt. Das erste ist die direkte Infektion, die einfach durch Grippe oder Herpesviren ausgelöst werden. Und die zweite ist die Superinfektion. Das ist eine Infektion infolge einer anderen Infektionskrankheit, zum Beispiel wie Influenza oder eine eiterige Mittelrohrentzündung. Dadurch kann sich halt auch eine Mittelrohrentzündung entwickeln. Und es ist so, dass einfach hier die Krankheitserreger vom Rachenraum über die Ohrtrompete in das Mittelohr aufsteigen. Und wenn die Schleimhaut zum Beispiel durch einen Schnupfenbereich reizgeschwächt ist, bietet sie einfach den Krankheitserregern einen idealen Nährboden, die besten Bedingungen für eine Vermehrung. Kleine Kinder wie Babys oder Kleinkinder sind für Ohrentzündungen besonders anfällig. Es ist so, dass hier bei den Babys und bei den Kleinkindern es einfach so ist, dass die Verbindung des Nasenrachenraums zur Paukenhöhle noch sehr kurz ist und aber einen relativ großen Durchmesser besitzt. Und es ist so, dass dann einfach das Schnupfensekret ja bedeutend schlechter abfließt als bei Erwachsenen und dann einfach den Viren und Bakterien einen idealen Nährboden bietet. Ja, in Folge der durch den Erreger hervorgerufene Entzündungen kann es einfach sein, dass die Schleimhäute weiter anschwellen und dass das infektiöse Sekret überhaupt nicht mehr abfließen kann und dann zunehmend das Innenohr von Babys und Kleinkindern verstopft. Ja, welche Faktoren können das Risiko für eine Mittelohrentzündung erhöhen? Es ist so, dass gerade Mittelohrentzündungen bei Kindern oder Babys auftreten, die vielleicht immungeschwächt sind, die Allergien haben. Bei Kindern und Babys mit vergrößerten Rachenmandeln treten Mittelohrentzündungen gehäuft auf. Übermäßiges Schnullern fördert Mittelohrentzündungen, Passivrauchen und auch eine Gaumenspalte. Ja, charakteristische Symptome einer Mittelohrentzündung bei Babys und Kleinkindern ist es so, dass erkrankte Kinder oft sehr unruhig sind und auch viel weinen. Ganz oft erkennt man das auch so ein bisschen daran, dass die Kinder sich ganz oft ans Ohr fassen, wie man hier auch auf dem Bild sieht. Die ganze Zeit das Ohr tut weh, die Kinder fassen sich ganz häufig ans Ohr und mit der Mittelohrentzündung sozusagen, ist es auch so, dass jegliches Berühren des Ohrbereichs überhaupt zu weinen führt. Viele Kinder verweigern auch die Nahrung. Kleine Babys werfen ihren Kopf so nach hinten und schubbeln ihre Ohren so ein bisschen an dem Kopfkissen vielleicht. Große Kinder können dann schon wieder über heftige pulsierenden Schmerzen in den Ohren klagen. Meist wird eine Mittelohrentzündung mit von weiteren Symptomen begleitet. Teilweise hohes Fieber, Dorschfall, erbrechen. In einigen Fällen kann es auch sein, dass aus dem Ohr eitriges, blutiges Sekret läuft. Das ist dann schon ein Anzeichen für ein eingerissenes Trommelfell. Und es ist einfach so, wenn das Trommelfell eingerissen ist, wenn da blutiges Sekret ausläuft, dass einfach durch diese Druckentlastung, das Trommelfell ist geplatzt, die Schmerzen schlagartig verschwinden. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind vielleicht eine Mittelohrentzündung hat, ist der erste Weg zum Arzt. Sie sollten die Symptome von Ihrem Kind immer ernst nehmen und das Kind einem Arzt vorstellen. Es ist ganz so, dass unbehandelte, verschleppte Mittelohrentzündungen unter Umständen chronisch werden können. Das Innenohr kann nachhaltig geschädigt werden und kann schlimmstenfalls auch zu einer Schwerhörigkeit führen, was natürlich sich dann wieder negativ auf die Sprachentwicklung von Ihrem Kind auswirkt. Außerdem besteht die Gefahr auch, dass die Mittelohrentzündung auf die Gehörknöschelchen sich ausbreitet und diese nachhaltig beschädigt. Das heißt, das kann ebenfalls zu einer dauerhaften Schwerhörigkeit führen. Das heißt, da definitiv auch Ihrem Kind einen Kinderarzt vorstellen. Der Kinderarzt wird die Ohren Ihres Kindes mit Hilfe von einem Ohrspiegel untersuchen und einfach gucken, ob es sich vielleicht um eine Entzündung der äußeren Gehörgänge handelt oder ob vielleicht wirklich eine Mittelohrentzündung vorliegt. Wie behandelt man jetzt so eine Mittelohrentzündung? Es ist so, dass alle Medikamente grundsätzlich für Babys und Kleinkinder geeignet werden sollten und sie auch immer in Absprache mit Ihrem Arzt geben sollten. Bei Mittelohrentzündungen empfiehlt es sich, wenn es sich um einen bakteriellen Infekt handelt, eine Antibiotika-Behandlung. Abschwellende Nasentropfen sind gut, einfach um das Mittelohr wieder gut zu belüften. Es ist so, dass es schleimlösende Präparate gibt, dass einfach der Schleim, der sich in der Ohrtrompete angesammelt hat, besser abfließen kann gegen die Schmerzen Paracetamol-Zäpfchen oder Ibuprofen-Saft. Einfach ein Schmerzmedikament. Einige Kinderärzte empfehlen auch homöopathische Präparate, aber da sollten interessierte Eltern einfach direkt beim Arzt nachfragen. Weiter ist es so, dass viele oft der Meinung sind, wenn mein Kind eine Mittelohrentzündung hat, kriegt es Ohrentropfen. Es ist aber so, dass diese bei einer Mittelohrentzündung eigentlich nur wenig helfen. Es ist so, dass die Tropfen nicht bis an den Entzündungsherd gelangen können, weil das Trommelfell dazwischen liegt. Das heißt, Ohrentropfen helfen wirklich nur bei Entzündungen der äußeren Gehörgänger. Bei mehrfachen Mittelentzündungen ist es so, dass es auch vor sein kann, dass vielleicht ein Ohrenarzt kleine Röhrchen in das Trommelfell einsetzt, sogenannte Paukenröhrchen. Damit kann einfach die Belüftung des Innenohrs gesichert werden und das Kind erleidet weniger Mittelohrentzündungen. Ja, wie können Sie Ihr Kind während Mittelohrentzündungen unterstützen? Es ist so, dass Wärme helfen kann, die Schmerzen zu lindern. Das heißt, man kann ein kleines Wärmekissen vielleicht aufs Ohr legen oder eine Rotlichtlampe. So ein kleines Hausmittel ist auch so Zwiebelsäckchen, einfach geschnittene Zwiebel. Es kann eine kleine Socke sein oder einen Waschlappen kurz in der Mikrowelle erwärmen und dann auch aufs Ohr legen. Ja, ein bisschen gucken, dass Sie weiche Nahrung Ihrem Kind anbieten. Es ist einfach so, dass durch das Kauen zusätzliche Schmerzen im Ohr verursacht werden können. Reichlich trinken ist wichtig und bei Mittelohrentzündungen ganz dolle aufpassen, dass kein Wasser direkt ins Ohr läuft. Das heißt, während einer Mittelohrentzündung nicht schwimmen gehen und auch beim Duschen einfach gucken, dass Sie das betroffene Ohr abdecken. Ja, was können Sie vielleicht als Eltern auch vorbeugend tun, damit Ihr Kind erst gar nicht eine Mittelohrentzündung bekommt? Hebammen oder auch Kinderärzte empfehlen sowieso, ihr Kind vier Monate lang zu stillen. Das hilft vor Allergien. Andererseits soll es auch vor Mittelohrentzündungen helfen. Es ist so, dass nachweislich einfach das Risiko sinkt, wenn lange gestillt wird, dass das Kind einer Mittelentzündung an einer Mittelentzündung erkrankt. Eine rauchfreie Umgebung für Ihr Kind schaffen. Ihr Kind sollte den Schnuller nicht ununterbrochen im Mund haben, sondern wenn es geht, halt nur zur Beruhigung geben. Wenn Ihr Kind ein Schnupfen hat, sagt man ja eigentlich immer, ja, Ausschnauben. In dem Fall ist es aber ganz oft so, dass es sich hier einfach empfiehlt, die Nase doch vielleicht lieber hochzuziehen, als zu kräftig zu schnäuzen, weil es einfach so ist, dass beim Hochziehen das Kind das Sekret verschluckt und die Magensäure dann einfach den Erreger unschädlich macht. Beim Schnäuzen ist es so, dass durch ein Überdruck entsteht und das Nasensekret dann über die Ohrtrompete in das Mittelohr gelangen kann. Das heißt dann vielleicht doch lieber das Kind hochziehen lassen, das Nasensekret runterzuschlucken, als halt durch diesen Überdruck das Mittelohr zu schädigen. Ja, vielleicht darauf achten, wenn draußen es windig ist, dass Ihr Kind eine Mütze oder ein Stirnband trägt, wenn ein kühler Wind weht. Genau, zum Schluss einfach nochmal zusammenfassend zu sagen, die Mittelentzündung seht zu den häufigsten Kinderkrankheiten. Ja, häufige oder unbehandelte Ohrenentzündungen stellen für das Sprechen und Hören eine große Gefahr dar. Wenn Sie Mittelentzündungen behandeln, bitte Nasentropfen benutzen und nicht Ohrentropfen. Schaffen Sie eine rauchfreie Umgebung für Ihr Kind und ja, gucken Sie, dass Sie den Schnuller verantwortungsvoll einsetzen. Das sind einfach die besten Maßnahmen zur Vorbeugung einer Mittelentzündung. Ja, danke schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Musik